um aux alle dots sind raptoren das suche jetzt mal an raptor zu beträumen okay der eine ist jetzt 66 und im beiden und der andere wird über 100商 miträum was geht noch schiefe auch cooler stärker ja schon aufhören er arcade und jetzt will ich nicht mehr spielen. Ich will jetzt Hausaufgaben machen. Wo sind meine Hausaufgaben? Hat sie Sondeaufgaben aufgegeben? Nein! Hure! Miss Fenster, Miss Fenster! So, was machen Sachen? Das dauert noch. Alter, da ist ein Froschlevel 114. Den hole ich uns. Okay. So, du kleiner Huren. Schieß dir mit einer Armbrust Pfeil in... Ah, er hat mich getroffen! Verdammtes Scheiße! Ich bin umgekippt! Also, er liegt. Wir haben ihn doch. Der Alpha Kani kommt gefährlich nah. Er geht zum Frosch. Mich verarschen, weißt was? Ich greife dich jetzt an. Dass du zu mir rennst. Ich locke ich weg, Arschloch. Komm her. Oh, ich wurde abgeschmiert. Das ist das Tolle an der Genese-Simulation. Du kannst es immer wieder probieren. Mhm. Weißt du, was Tolle an Hobodern ist? Man kann sie ausschalten. Ohohohoho. Das wäre ein normaler Kani gewesen. Das ist gar kein Alpha. Der hat auch nur eine interessante Färbung. Okay. Da habe ich mir ja komplett umsonst Sorgen gemacht. Daten werden verschoben. Endlich geht's weiter. Oh nein, das klingt auch nicht so gut. Ja. Ja. Äh. Es stirbt gerade alles! Der Dicker, das kannst du nicht machen. Aber warum? Das ist jetzt nicht wahr, ne? Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Nur wütend. Geht ja noch. Okay. Ganz gut. Was gut ist, wir haben nicht alles verloren. He. 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 Jetzt ist hier alles voller Arschloch, Dinos. Oh Gott. Du schaffst es, Kumpel. Es kommt ein Barry nach oben. Ah. Luna? Nord-Süden. Okay. Teleport bereit. Ich weiß nicht, warum du da auf mich hörst, aber... Da sind wir. Äh. Genau richtig. Absturz. Was ist das denn für ne Sche... Ich fliege. Hier ist alles Tech. Hier schießt alles. Da rollen irgendwelche Heslons auf mich zu. Ich hab nix gesehen, was man mir gehangen hat, natürlich. Die sind auch erst auf dich gegangen, deswegen... Wie hart ist denn hier sehr hart? Wir kommen von Pewdor, wir sind verweichlicht. Gell? Also ich bin jetzt gleich tot. Also ich würde einfach mal behaupten, unsere Items sind weg, ne? Aber sowas von extrem. Und jetzt... Was war das? Da kam grad ein Dino aus dem Nicht... Ne, was ist das? Oh Gott, ich krieg Angst. Ähm. Da spawnen grad überall Dinos. Einfach so mit dem Lichtblitz. Crazy. Da noch einer. Oh Gott. Da noch einer. Noch einer. Toll. Hallo. Also ich finde, dass... Sehr hart. Sehr hart ist. Ich probier mal die Arktis, das ist bestimmt besser. Ja. Lass Arktis probieren. Ja, das ist bestimmt wärmer. Äh. Arktis ist scheiße. Also es ist noch kälter. Warum? Warum? Ich glaub danach gehen wir wieder zurück in den Zumpf, oder? Ich find auch, der ist viel attraktiver geworden. Ja, so ganz plötzlich. Wow. Scheiße. Verdammt. WÄH? Wenigstens beherrschen wir so langsam den Zumpf. Naja. Pst. Ähm. Ähm. Ein Hässler mit einer Weihnachtsmütze hat er glaub ich auch. Die haben es echt geschafft, den auch hässlicher zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wien werd ich denn schon gern. Ich find auch, dass wir ein paar Steine schnappen sollten und abgelauer legen. Oh ne, das war's mit dem Akunten für heute. Warte, vielleicht geht's zau schnell. Oh Gott, ja, hast du abgenommen. Ah, wir probieren's jetzt mit Schmeicheleien, okay. Mhm. Ich mag deinen roten Schwanz. Der hat eine rote Spitze am hinten. Das sieht halt aus, als hinter blutigen Stuhl. Nimm den Scheiß, sonst hau ich hier eine rein. Ich hasse Gatcha. Gehen wir einfach... Ja. Jetzt dominieren wir den Zumpf. Ja, okay, dann... Aber dann, aber dann sagt jeder im ganzen Zumpf... Okay. Nimmst du deine Tabletten eigentlich noch? Die gegen Tollwut? Es gibt einen Ort im Zumpf, den haben wir noch nicht erkundet. Haben wir einen Grund gehabt? Ich glaub, wir sind auch von dir hingelaufen. Und zwar in die Richtung. Wähler lieber die Armbrust laufen. Oh oh, Achtung. Ein Dinosaurier. Du fällig drehen, auf dem ich gerade zugelaufen bin. Ja. Hast du nicht gesehen, ne? Boah, bin ich mutig. Werf ans Wasser? Ah! Okay, ist der friedlich? Stopp, der ist friedlich. Jetzt ist er nicht mehr friedlich. Jetzt ist er friedlich. Irgendwas hat's doch mit diesen Bäumen auf sich, oder? Nicht im Mittel. Äh, guck mal da oben auf dem Ast. Siehst du die da? Ja. Soll ich die mal anschießen? Die sind mit mich hochgeklettert. Ja, mach mal. Äh, oh scheiße. Ähm, lau! Alter, guck mal. Ich hab einen Affen gefunden. Da ist ein Spino. Drei Spinos! Das schaffst du alleine, oder? Ne, ich glaub, du solltest denen helfen. Und da sind noch mehr Spinos. Ach du Scheiße, was ist denn hier los eigentlich? Boah, kann ich da auf den Ast springen? Nö. Und hier sind gelbe Kristalle. Boah, was geben die gelbe Kristalle? Grün. Ja, klar. Können wir hier so drüber lupsch, so. Hallo! Ich überleg grad kurz, ob ich ihn angreifen soll, aber ich glaub, das geht schrecklich schief, oder? Wenn wir den getötet bekommen, kriegen wir sauvier Filet und Leder. Ach, ist einfach schön, wenn man schlau ist, oder? Es war so schlau, nicht nachzudenken, ob es ne gute Idee ist. Ich bin gut darin, nicht nachzudenken. Ist mir aufgefallen. Äh. Wo kam der her? Was soll das denn? Doch, weil ich hab mich so cool gefühlt. Wir waren kurz auf dem Sieg. Also, ich bin wieder da. Er ist runtergefallen, der Wurz getötet hat. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Ah! Wow! Boah, Alter, bin ich erschrocken. Äh. Guckst du grad Nacktfotos von mir an, oder warum lachst du so? Ja. Was? Oh, der andere ist immer blutig. Wir gehen als Sieger hervor. Ja! Hab keine Dinger mehr. Oh, ich küsse. Es gab echt nicht viel Leder. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Das sah witzig aus. Und jetzt lass zurück zum Base. Ja. Oh, fuck. Hä? Wasser gefährlich. Ich seh sie da unten. Ach, ich seh deine Items. Hä? Ich seh gar kein... Ah! Okay, ist meine Gelegenheit, hä? Okay, cut, ne? Ja. Ja. Ja, ich seh her. Na pound. Ja, ich seh die auf dich. Ja. Das macht respirations, derouf.